So, da bin ich wieder die Straße des Lebens geteert und weiter geht's bei den Rangies und ja, beim Schlafen zu gucken, ach Mensch, die Pfeifen beim Ratzen, das ist ja auch mal schön, auch schön zu hören, was mir nur eingefallen ist. Ich hätte beim Herd, wo er Herd gebrannt hat, hätte ich sagen können, Mensch, Gronkh, der Herd brennt, pack mal die Grillwürstchen aus. Ich hätte am liebsten gesagt, pack die Würstchen aus, aber das wäre ein bisschen, das wird ein bisschen falsch klingen und ja, das soll ja nicht falsch klingen einfach, aber, oh Mensch. So, wer steht dann auf? Der Gronkh, der schläft noch. Äh, wieso, wer steht denn hier? Der Sarri? Wieso steht der denn jetzt auf? Tag und Zähne? Hm, ja, dann kann er gleich mal duschen. Äh, baden meine ich. Ja, baden, das kostet mir so viel Wasser, Mensch. Hab ich eigentlich schon Rechnung gekriegt hier irgendwie? Nee, kommen wir schon noch. Ach, ich muss mir auch noch bezahlen. Wir haben 402 Simoleons. So, das geht. Könnte man die Rechnung bezahlen, wenn eine kommt? Mensch, meine Stimme, die ist ja wieder sehr herrlich. Muss man sich immer wieder Reus wenden, das ist ja nicht so fein. Mal den Gronkh beim Schlafen zugucken, das ist ja auch mal schön. Ach, Mensch, ich träume gerade von der Mona Lisa. Oh, jetzt muss ich erst mal husten. Erst mal husten, bis gleich, Leute. So. Da hab ich mal gehustet. Ja, der Sarri, da kann er auch mal was essen. Danach. Äh, ach, Mensch. Brunch servieren. Hier hab ich Salat. Kann auch mal Waffeln machen. Solange, solange es wieder nicht brennt, also das wäre sehr unvorteilhaft. Aber jetzt hätten wir ja den Rauchmelder. Wäre aber trotzdem scheiße, weil der Herd dann wirklich, äh, weil ich den, den wirklich erstmal nicht ersetzen könnte. Das wäre dann, ja, sehr blöd, sag ich dann, sag ich mal, ne. Was hat er eigentlich an Level jetzt, ähm, ach Mensch. Guter Freund, sein Auto. Schön. Was hat er denn hier, Logik. Hat er nur Logik? Inventar. G-Pots. Zeitung. Wieso denn, wieso denn eine Zeitung im Inventar? Kann er doch. Entsorgen. Och Mensch, der Mülleimer ist schon wieder voll. Weißt du, packst du eine kleine Zeitung rein, ist der Mülleimer voll. Das ist ja sehr suspekt. Aber naja, gut. Weil wenn wir, wenn das erste Level ist, leicht gefährlich, sag ich mal. Äh, aber echt, ich hoffe mal, dass er besser kochen kann, als der Gronkh. Pizza bestellen. Och Mensch, das lassen wir mal. Fähigkeit Geschicklichkeit leeren. Geschicklichkeit leeren. Hm, iiih, der ist schon zu gesifft. So, jetzt drückt mal die Daumen, dass das, äh, klappt. Nicht, dass er den Herd noch, äh, ja. Abrennt. Das muss ja nicht, nicht wirklich sein. Das drückt einfach die Daumen, dass das klappt. Und, dass er die hinkriegt. Nicht, dass er auch noch abrennt. Das wär ein bisschen, naja, nicht nur ein bisschen scheiße, sag ich mal. Das wär richtig doof. Hol raus! Los! Ui, gut. Fein. Braver Sarri. Braver Sarri einfach. Normal. Na gut. Schön. Mensch. Och, Mensch, der hat den Schrank zugesifft. Das ist ja ein bisschen... widerlich, sag ich mal. Danach kann er die Reste wegstellen. Dann kann er das auch mal säubern. Ja, noch ist ja ein bisschen Zeit. Ein bisschen. Ah, sonst sieht er ja, sonst sieht er ja ganz gut aus. Das kann ja... Kann er ja auch mal machen, denn... Och, Mensch, der ist so... Der ist so brav, der Sarri. Außer wenn er das Waschbecken jetzt kaputt kriegt, dann... Wär das ein wenig doof. Aber nö. Ach, Mensch, der Sarri, der ist so brav. Den kann man nur lieb haben, einfach. Den Gronkh zwar auch, auch wenn er ein Herz erschossen hat, aber... Ja, das kann jeden passieren, einfach. Nicht jeder ist perfekt. Und, ja. So, was macht man dann jetzt noch? Huch! Ach, der Gronkh ist ja auch schon wach. Hm, dann kann er sich vielleicht auch mal ein paar Waffeln nehmen. Hygiene. Äh, der kann dann eigentlich mal baden. Ja, Fernseh gucken kann er vielleicht auch. Aber erst mal ist Baden wichtig. Und was essen ist auch wichtig. Mit dem Herd, das traue ich mich nicht ganz so, das Rezept noch denn, nach Rezept zu kochen. Das... Da habe ich noch... Da habe ich ein bisschen Angst vor noch. Also, das muss nicht sein. Ja, der Sarri, der geht erst mal arbeiten. Sieht ja ganz gut aus. Und... Ja, eine Stunde habe ich noch. Was macht der Gronkh denn hier dauernd? Mensch, taucht hier dauernd ab. Ich will nie wissen, was er macht, wenn er einen Pool hat. Irgendwann. Wäre auch schön, wenn er auch mal arbeiten würde. Der könnte ja auch irgendwann dann auch kündigen oder so. Weil die müssen auch irgendwie mal ein bisschen mehr Geld kriegen. Bisschen Geld rankriegen. Hm... Achso, Hunger. Reste essen, Waffeln. Ja, der Sarri, der müsste auch mal ein bisschen mehr kochen einfach. Aber... Hm... Aber jetzt weiß ich auch, warum der Sarri nicht lehren. Der muss erst mal kochen, anfangen zu lehren. Das ist... Ist ja auch wichtig. So, die... Danach... Was kann er denn danach immer machen? Auf Toilette kann er nachher gehen. Er kann auch jetzt mal in der Zeitung gucken, wegen Job. Vielleicht haben wir ja noch einen Job für Gronkh, auch wenn er Let's Plays macht. Aber ein bisschen nebenher arbeiten muss er auch, bis er einen Rechner hat. Danach kann er mal Müll rausbringen, einfach. Ist ja auch mal eine nette Tätigkeit, die man auch mal machen müsste. Nicht ich, sondern der Gronkh halt, weil der Mülleimer ist ja schon voll. So, was haben wir denn da? Journalismus. Das ist... Zeitungsjunge. Nee, das passt nicht zu Gronkh. Das muss nicht sein. Gesetzeshüter. Nee, das ist auch nix. Militär. Hm. Eigentlich nicht. Obwohl, Militär wäre ja auch mal lustig, eigentlich. Achtung, nur beim Militär bekommst du die Chance, all jene zu schützen. Die, die lieb und teuer sind. Und eventuell sogar als Astronautensall zu fliegen. Boah, das ist ja geil. Gronkh im All, das wäre ja auch mal schön. Du solltest körperlich fit sein und einigermaßen mit den Schraubenschlüsseln umgehen können. Und immer schön lächeln, Soldat. Hm. Sogar drei Freitage. Wäre ja nicht schlecht. Eigentlich. Von sieben bis vierzehn Uhr. Dann könnt ihr nachmittags denn... Fitness-Training machen. Und... Auch über... Handwerklich ein bisschen lesen. Hm. Das machen wir einfach mal. Just for fun. Wir haben so viel gemeinsam. Ich würde dich gern besser kennenlernen. Äh... Wer ist denn das? Ein Gebäude ist das. Oh, das ist schön. Dass das ein Gebäude ist. Ach, arbeitet der ja jetzt oder was? Oder wie? Oder mit? Oder keine Ahnung. Wer ist denn das? Ne. Hm. Wir wissen, wer das ist. Oh. Ach, eine Kunstgalerie ist die. Also, wer steht eine Toilette aus? Und einen Stuhl? Also, wenn das Kunst sein soll? Ich weiß ja nicht. Wo ist denn die? Steht die hier hinten? Die soll doch hier stehen irgendwo. Wo ist die denn? Bin ich blind? Oh. Madison von Watson. Ach, die ist schon bei der Armee? Ach, das ist eine Arbeitskollegin oder was? Das ist ja cool. Alter, wenn so... Wenn Gronk so zur Arbeit geht. Oh. Alter. Müsst ihr denn morgen arbeiten eigentlich? Wäre mal nett rauszufinden. Hm. Latrinenputzer. Naja. In 16 Stunden. Hahn drang. Den könnte er eigentlich mal... ...auf Klo. Und dann kann er... ...eigentlich denn mal zu Dings. Zum... ...Fitnessstudio. Gronk wieder in die Militärkarriere eingestragen. Er wird sich mal an diesen Tag erinnern. Der sein ganzes Berufsleben bestimmte. Oh. Schön. Ja, die müssen auch beide mal arbeiten. Das ist... ...das muss einfach. Das muss einfach.